So, wenn ich mich gefragt habe, wenn ich mich gefragt habe, eine von den Sachen, die ich mir kochen habe, die ich in einem Stück gegeben habe, der österreichische Kochmann, ist, als ich wende auf Einstein, das ist ein wilder Wort, ich wende auf Einstein, aber ich habe gerade schon gesagt, dass ich nicht immer wende auf Einstein. Aber das ist so, was heißt ich, was ich sage, ist so. Ich sage, Einstein hat eine Sprache, die ich kenne. Er hat Französisch. Kennst du die Sprache? Fine, das kenne ich ihm. Aber keiner, 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 kann man nicht mal sagen, wo sucht er. Einer, was sagt Französisch, kann ich es mal Translate. Du suchst mir, ich verstehe nicht, ich verstehe nicht. Aber sucht mir, was er sucht, unredende Sprache. Translate es mir auf meine jüdische Sprache, auf meine englische Sprache. Ich darf nicht kennen alle Details, Mathematik ist auszurechnen, die Details, ich kenne alles auf dem Paper. Aber zu verstehen, wo es ein chidisch ist, wo ich eine Kasse habe, und das ist mir eigentlich meine größere Kasse. Warum? Alles kann ich verstehen. Nachher komme ich, ich kenne Versteinsachen, und bin, Einstein ist teuer, in wem ich frage, ich habe geoffert, ich sage, ich habe 10.000 Dollar für einen Menschen, das können wir jetzt mal sagen, Einstein ist teuer. 10.000 Dollar, was ist alles mal? Dann kann ich getroffen. Okay? Aber das können wir mal sagen, jetzt hören wir uns. Du, aber du empfangst sich ohne eine interessante Sache. Einstein ist geworden, was ich suche ist, das Einsteins Theorie ist eine Kacke, in der ganzen Gemüse, von Physik, von Theoretical Physik, was man traiert dort, was man traiert dort, in Theoretical Physik, was man traiert, was man traiert dort Masbert zu sagen, alle meine Sachen, ihr wisst vielleicht, was man traiert dort das Quantum Physics, die das Super-Strength Theorie, 10-Strength, alle meine Theorie war, was ich sagen, dass ich eine Karure, die man traiert, das wentzhaft, dass man kappt, man traiert, sich Quantum, man stiert, man versteht das, in die ganze Situation, hat Einstein gezogen, ob der Gedanke, nicht, dass er alles gerecht hat, das ganze Leben gearbeitet hat, das ganze Leben gearbeitet, für die Toe Theory of Everything, das Herz hat auch verstimmt, So in der ganzen Gemeinschaft hat er gesagt, dass er so ein Wort in der Welt von Physik, von Friedrich der Physik, was er ist nicht mehr als er sagt, aber dann ist er nicht mehr als er sagt. Er hat das Gerief mit Einstein an Leinz, hat das Gerief mit seiner Intuition. Er hat viele Menschen gesagt, dass er mehr Intuition bleibt, weil du hast ihn nicht, du ist das Intuition. Er hat das nicht gerief von Geheirig Science, das ist eine Intuition, nicht eine Geheirige Theorie. Jetzt, vor kurzem, wo es geschehen ist, dass ein Mensch gekommen ist, dass er so gehalten für seine Theorie, Sir Arthur Errington. Er hat eine Expedition gemacht und er hat auch gefahren in Australien, weil dort einsteht als Theorie, die Gravary Bending Light. Nach einer Eclipse kann man das beste sehen. Dort in Australien hat man das beste sehen, nachdem, wenn die Leit zurückkommt, die Gravary geht es benden. Er ist gegangen in eine ganze Expedition, das heißt Sir Arthur, The Errington Experiment, The Errington Expedition. Er hat auch gefahren, mit riesigen Geheir, mit einem riesigen Geheir, mit einem big fanfeil, jeder hat es geredet. Und man hat das geproefd. Overnight, damals, wenn die Expedition abmachlich gewesen ist, man hat es zusammengezettet, man hat ja, das ist geproefd, ist er geworden, famous, internationally famous in der ganzen Welt. Er hat das geheimd, sehr geheimd, sehr geheimd. Aber die Theorie ist geproefd geworden. Das ist ein Gravary Bending Light. Er hat einen Geheimd, der in der Leibchen Ochen ist, mit dem Geriefen der Einstein bei Deiräu. Was haben wir ihn Geriefen? Stephen Hawking. Stephen Hawking. Er hat eine Krippel. Er hat gerade nur mit der Maschine. Er hat ein Famous, Famous. Er hat Geheimd, der Einstein, die Notations, das ist er weg, 10-20 Uhr zurück. Er hat ein ura famous Buch, A Brief History of Time. Das ist noch gegen Stephen Hawking. Es ist zu sehen, wir sind der größte Theoretical Physicist. Er hat einen Geheimd, der Einstein, er hat dort. Und er schreibt in dem Buch, A Brief History of Time, Page 36, schreibt er dort, als, wenn man später noch gecheckt, in den Ritings, die Notations, wo es der Errington, Expedition, Experiment, hat Gnimmen, wo es am Gesehen, 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 the Light, mit allem, wollten sie nicht getuert, Proven Einstein's Theory. Also ich sagte, Stephen Hawking. Und ich sagte, was es an sich, was an Seher Lock. Oder ist ein will, das ist eine Not-uncommon-Occurrence in Science. Das ist mit Stephen Hawking. So das ist eine Situation, das ist eine Art von der Know-Tagniveau. Wo es keiner versteht nicht, nicht nur keiner versteht nicht, du weißt wie interessant es ist? Die Sensation, die New York Times, die Wikipedia, die picture von den New York Times, die eine Tug, schreibt sie dort, nur zwölf Menschen in der Welt verstehen die Theorie. Du weißt, das ist meint? Das ist meint, als du, a famous book, The Emperor Has No Clothes. Famous story, weißt du die Story, als wir jeder gesagt haben, nur ein Koch am Seitz Kleider, nicht Seitz Magonisch, weil die Kinder gesagt haben, die haben sich knacket, ja. Aber du machst das so, du machst das Double Shot. Eins, was uns gefällt im ganzen Allem, was ist gebasiert auf der Sache, wo Stephen Hawking sagt, bei ihm, das ist nicht kaputt. Stephen Hawking sagt, das Relativität ist nicht gerecht. Er sagt aber, dass der Proof, was das ist gegeben, ist inaccurate. So hast du auch Proof, was ist inaccurate, und hast das Gebot, hast du reingelagt, als ein möglicher Full Proof System, als jeder einer, was hat jede Theorie, was nicht gebasert auf ihm ist, hat gemisst, weil nicht sehr atypisch, und man sucht nur, als nur zwölf Menschen auf der Welt, was meint, als alle Physicisten, was an den Suchen, ich verstehe nicht, was verstehe nicht, du bist nicht zwölf, was verstehe nicht. Das macht dich, was geschieht, was geschieht ist, so wie ich auf dieser Fall, weiß ich schon nicht, gut nicht, ob High Hands, wo man schon geproovt von dem, GPS, nicht geproovt, Yoga-Proof, das ist alles, das ist alles, scheine Storys. Noch dem, wo du hast da so starker Legut, gebot, in, wo es, nicht nur stamm, wo es ungenehm in der ganzen Welt, und so weitergeht, dann schritt ich dich, die gesagt, nur man doch rein, mit dem Luper, die kannst du schon rausgehen, weil nicht bis sie den Haaren, bis sie das scheute. Und, weißt du, was noch der größte Paylist ist? Die Wikipedia auf der Expedition für Sir Arthur Errington bringen sie nicht darauf, dass Stephen Hawking versucht hat, dass das ganze Experiment nicht wichtig ist. Sie bringen sie darauf, dass sie anders tun. Sie bringen sie darauf von zwei Menschen, die geschrieben haben mit Papier. Sie bringen sie einen Stutz, sie bringen sie einen schönen Feierstuhl, und sie bringen sie von einem Psa Keuling, die geschrieben haben in der Jarche. Ich sehe weiter wie man foppt, wie man will uns herausgeben, als Stephen Hawking, der Einstein, der nächste Einstein, hat gesagt, dass der Proof, was man genutzt ist, nicht kann Proof. Jetzt noch eine Sache. So, ich, so, ich mache das, ich mache das, ich sage es so. Sie können sagen, ich habe es gesagt an die Kinder, Sie können sagen, aber wenn die Proofs das mir mit anliegend, wenn die Likes noch ziehen, als er knippt mit der Schleif, dann macht es mir sicher, dass keiner sich herauskriegt. Jetzt noch eine Sache, wenn ich mir sage, dass Einstein, ich meine Menschen sagt, ein Schleif. So, ich meine Zeichen, aber sagen, ich mache mir einen Platz. So, ich sage, ich mache mich einen Platz. Wo ist... Wo ist... Wo ist... Wo ist... So... Ich sage, ein Schleif. Ich sage, eine Sache mit Zohys. Ich sage, ein Schleif auf Einstein. Ich sage, ein Schleif auf Pol. Ich sage, ein Schleif. Das ist der Fall. Paul ist ein ganzes Konzert für Paul. Es ist schon ein Physik. Es ist eine Nase. Paul ist einfach ein Mistake. Das ist ein Mensch, das ist ein Geblieben. Das ist ein Geblieben. Paul ist ein Energie. Das ist ein Schläbte. Er ist ein Energie. Energy is energy. ist er. ist der Movement. Das ist ein Geblieben. Er ist ein Geblieben. Er ist ein Energie. Er ist ein Bewegung. Er ist ein Bewegung. Er ist ein Energie. Er ist ein Geblieben. Er ist ein Bewegung. Er ist ein Gewinn. Er sieht aus dem Geblieben. Ja, das ist ein Energie. Aber die Welt der Normale sieht das Graviti aus. Das ist ein Paul. Das ist ein Gewinn. aber es ist nur das, der wirklich will, hat meine Energie zu gehen nachher, aber nicht. Paul ist auf der Kanzel wie er ist, du, und er schläppst du dich. Wie nehmt sich das zu uns? In 2000 Jahren haben wir gesehen, Menschen, die Fahrzeuge kennen, die von Science hinderten sich zurück. Haben sie gesehen, Paul, ich stehe, du, und ich schläppe es. Siehst du, wir kennen, von einem Platz, wo wir geschlitten haben. Aber später hat die Science gewohr geworden, wenn ich schläppe, wenn ich schläppe, ich schläppe auf die Diabframe, ich schläppe auf, und ich mache mehr Platz, ich mache mehr Platz, kommt die Ear Pressure, der Lift, also die Wasser muss, und sie treffe direkt zur Platz, kommt gerade Wasser. So, ich schläppe, sie ist der Pool. Aber sie aufdehren alle Plätze. Siehst du, sie sagt, wie ein Pool, so, wenn ich da wieder schlappe, also, oh, oh, was soll ich denn, du kannst ein Pool, das ist ein Pool, das ist ein Pool, das ist ein Pool, ich schläge mich auf, ich schläge mich auf, und das ist ein Pool. So, ich schläge dich, Paul, ich mache mir das beautiful beer auf Chess, auf Schach, ich schläge mal ein Clip auf dem. So, ich suche, man sucht Chochme, sucht man Chochme auf Platz, ich sage, mal ein Stein, ich nur doe ein Chochme auf die Psychiatrie Sache, das keiner versteht nisch, ich schläge mich, ich mache mir das, ich mache mir das, ich mache mir beautiful sayings, beauty, god is beauty, alle meine Scheine, ich schläge mich auf, ich schläge mich auf, ich schläge mich auf, ich schläge mich auf, ich weiß, wie soll ich denn sagen, wenn ein Mensch sucht ein paar Chochme, und der ist der größte Chochme schon hundert Jahre, oder whatever, weißt du was, weil der größte Chochme hat er gesucht, das keiner versteht nisch, so, jeder hat er recht, hey, ich habe die größte Chochme, ein paar Chochme, ob er das geht gemacht hat, er hat ihn gemacht, so, das hat er gemacht, als man so ein Schmissen versteht, aber bei so vielen, meinen, fehlt jede mensch, als er sich auf, ich schläge mich auf, ich schläge mich auf, weil keiner versteht es, er versteht es ja, als er sich auf, ein Chochme, kann er es bewazen, aber echt, und nicht das ist der Weg, der Weg ist, die ganze Package zusammen, stellt sich mir raus, mir nach der Masber, du, das habe ich dir noch gegeben, der Matrone, er ist schon vereinkt, er weiß ich, was du, 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 dann kannst du, es, es ist, es wird von eng, wenn ich wusste, es ist, es ist, die Theorie, die ist nicht, based auf, wie Stefan Moschik sucht, es ist das 아니라, das ist die Theorie, und es ist based auf, wie Stephen Hawking sucht, ich habe es schon nicht online undавать persona, die andere Sachen und man darf einen Namen zagen, weil das Thema nichts funktioniert, alles gehen, so wir jetzt extra nachdenken, Bekanne, Bekanne.